Ich würde nur sagen, wir haben Kuckuckraben schon mal, ne? Also, er ist schon mal absoluter Wah. Aber Apuch, oh Mann. Der ging mir gerade jeden letzte Runde schon auf den Sack. Ich spiel den Ball selber ohne Scheiß. Und wenn du den spielst, verkackst du. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Oh, oh toll. Ich werde vielleicht mir erst mal durchlesen. Das ist ein Buff. Wenn der Herkules diese Fähigkeit aktiviert, erhält er für die nächsten vier Sekunden jede Sekunde Gesundheit. Oh, ha. Ist das jetzt gegen... Okay, das ist gegen normale Menschen. Meinst du das? Guck, 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 guck. Die Kuckuckraben schon angerannt kommt hier. Guck mal auf Tab. Wenn ich es richtig habe, ist dieser Feednex 59. Gegen den haben wir auch letzte Runde gespielt. Mhm. Na? Was geht? Da kommt er wieder angerannt. Da kommt er wieder angerannt. Hallo, ich bin der Todesgott. Was willst du denn, du? Hä, ich stehe nicht mit dem Radius davon. Was willst du? Bring the pain. Jetzt aber. Hm. Oh, dieser Sack geht mir so auf den Wecker, Alter. Ich geh mal hin zurück. Ja, nicht nur du. Nicht nur du. Something to ward away the light. Hast du denn eine Aufnahme eigentlich auch gerade an? Hm? Ja, ja, meine Aufnahme ist an. Okay. Hab ich das wohl sehr gepflegt überfeuert, dass du die angemacht hast? Hm, ich hab nur angemacht. Okay, okay, ist gut. Beruhig dich. Nö, Mama. Ich hab hier meinen Scheißhaufen auf dem Boden gelegt, Mama. Ich bin scheiß Schlange, die Flügel hat, Mama. Nichtsgesagt geht ihm ja alle auf den Sitz. Sack. Oh, Alter, was? Ich kann schon wieder weggehen. Na ja, der Kukulkan, der hätte aber ruhig noch eine... Der hat weniger als ein Balken. Hallo, Magier, was machst du da? Ich komm noch nicht ran. Ich komm leider noch nicht ran. Ja. Ich muss auch noch mal hinweg. Oh, das Item kann ich hier mehr so drauf tun, so. Lalalalalala, lalalalala. Lalalalalala, lalalalalala. Ihr mittlere Tauere ist unter attack! Woop! Sala! Oh la la la! Ja, da hat er seine Ulti rausgehauen. Lässt bei mir! Richard, rückwärts bergrunter. Mhm. Ich spiel dann nur noch mehr mehr. Nein, da muss ich... echt. Mit der bin ich wenigstens gut! Meinst du mit Artemis? Mhm. Ja, macht euch ruhig hier unseren Tauere. Ich muss schon wieder weg. Oho! Ja. Oho! 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 Ich muss noch kein Mann, nein, nicht nur dooo! Oho! Oho! Beziehungsweise jetzt hab ich mal noch. Weil unser Tauere ist gleich tot. Ich doof. Vielleicht doof? Oho! 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 Doktor mãowär! Ich weiß nicht ob du bist, aber du bist oder ob das irgendwie ein Spielstand ist, wenn du das bist, dann atmest du gerade sehr schön in deinem Kopf in deinem Kopf. Tschö. Tschö. Entschuldigung, Entschuldigung. 5 Sekunden hab ich wieder Ulti. Schmeiß wieder mit Steinen um mich. Ach, die Steine sind deine Ulti? Echt jetzt? Er hat die Beine weggemorscht? Alter. Alter. Verschissen auf ganz hohem Level. Boah, Alter. Und sie alles rein. Something to ward away the light. Jetzt muss man positiv sehen. Dadurch, dass wir so hart auf die Fresse bekommen, aber immer noch sehr standhaft dabei sind, sind die Folgen nicht zu kurz? Äh, zu lang meinst du? Wie meinst du zu lang? Ja, sind die Folgen nicht zu lang, äh, so kurz. Du hast gesagt, sind die Folgen nicht zu kurz. Ja, wenn wir zum Beispiel Board Game spielen würden, dann werden die Folgen kürzer. Mh, ja gut. So mein ich das. Ich bin scheiß und hapfer scheiß. Sturm da, Mama. Ja. Ulti ist bereit? Ja, ich habe aber auch nicht mehr so viel Leben. Okay. Ja, als Tank weniger als die Hälfte. Ich habe auch nicht mehr genug Energie für meine Ulti. Das ist da immer. Wenn du wieder da bist, gehe ich auch weg. Ja, kann weggehen. Zip, weg ist der Hercules. Wo geht denn jetzt unser Magia hin? Was macht der Scheiß? Äh, der holt sich gegen Dementspuff, glaube ich. Das sah leicht so aus, als wäre ich über dich angesprungen. Rolle, 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 Rolle. Boah, ich bin ja gerade wieder da und schon wieder Half-Life. Half-Life? Welches? Zwei? Ja, das war gut. Dies war da gut. Zumindest ist er kompetenter als der Typ davor. Ich hole mir jetzt auch mal eben schnell, äh, hier, ne. Buff. Na, ist noch nicht wieder da. Ja, Buff ist noch nicht wieder da. Ja, Buff ist noch nicht wieder da. Hm. Aber was ist das Schlimme daran ist, wenn man leicht kompetente Mitglieder hat? Und merkt man selber, wie scheiße man das ist und man kann anderen nicht die Schuld geben. Ha, ha, ha. Ha, ha. Nein, jetzt hast du den mitgeschubst. Ha, ha, ha. Die habe ich schon dran. Ja, ich bin zu ihrem. Ha. Nein, das schaff ich nicht. Ja. Jetzt weiß ich auch, wieso ich es nicht geschafft habe, durch die Kack-Ulti. Ja, da war ein Triple gemacht. Ja, dann geht in den Turm rein. Naja, das ist aber kein Level-Lane da. Wie heißt der? Good Job? Egal. Hat der das geschrieben? Nein, wollte ich schreiben. Ich wollte unseren Teammate loben, weißt du, dann kriegt der ein bisschen mehr. Dann denkt der, wir mögen den. Dann spielt besser. Vielleicht reicht der uns dann ja aus der Kacke raus. Ich finde schon ein bisschen schade, dass ich nicht mit 60 FPS aufnehme. Und wenn ich mir dann mein Internet angucke, dann denke ich mir so, ist glaube ich doch besser. Ja. Da hähle ich gegen, du Pesser. Out of my way. Ihr fress den Stein, Junge. Halt die Fresse. Hm. Jetzt als Maul. Na, ich muss erst mal, ich muss schon wieder zurück. Ich muss mir dev kaufen. Ein bisschen jedenfalls.. Ich muss mir wenigstens ein bisschen dev kaufen. W lectern yah. genügend da kam ne ulti an die hat mir richtig und zwar krieg ich durch mein kuh selber damage ich bin ehrlich ich würde es lustig finden ich bin gerade ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Da kommt die Karp-Ulti. Und da kann ich nichts gegen machen während die da ist. Jetzt habe ich noch einen A20 brauche ich. Ulti ready. Ich kriege Freya da rausgefischt. Oh nein! M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Ey, ich bin Tank und Abschiffeiter. Nur halt das Leben. Boah. Das war gut. Ich wollte gerade sagen, wenn du den kriegst. Oh, gegen Heim, gegen Heim, gegen Heim. Respekt. Das reicht noch nicht ganz. Oh Mann, warum denn... In der Theorie hätte ich ja jetzt auch einfach in den Kreis gehen können. Was ist das denn? Oh shit. Nein, jetzt sterbe ich gleich wieder, oder wie? Wie ich damit stehe? Oh, oh. Raus, 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 raus... Wins schon, SAT ATATATATATATATATATATAT. Und Ich geh mal eben weg. Ich geh mal eben weg. Ja, ich habe genauso viel Leben wie das traverse, Lionelana, woác von... 300 irgendwie. Nicht lustig. Höhöhöh. Excellent! So. Alter, was war das denn? Hört sich an, dass wir dich verrixt. Wo ist eigentlich, bin krank. Hat sich trotzdem gehört? Na 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 na... Was war denn durch, dass wir halt... What the fuck? Dadurch, dass unser Mitspieler gut ist, wenn wir zumindest eine kleine Chance haben. Ah, der Carried. Der Carried was gut. Höhöhöhöhöhöhöh. Der, der macht doch auch schlafen. Ja, klar. Oh, ich will schon wieder fast down. Beim Ernst, ist der der Tank oder ich? ist es dann hat das wie wir kommen wie so ein gift ist denn die länge jetzt ein bisschen pushen zumindest ist jetzt wieder gleichstand ich hab sie fast fast Ich bin schon wieder fast tot Ich mach noch so viel Schaden So, dass du ihn nicht Mutti Aua! Scheiß Pumpen von Bagasura. Triple kill! Kill er wieder ab. Ich schmitzkatze. Ich hab noch nicht einmal einen kill. Aber sechs Unterstützung. Ich hab ihm einen gesnackt, deswegen hab ich einen. Wie schnell der auch einfach mal down ist, der Scheiß. Raus da. Nein, falsch Taste. Oh oh. Abhauen, abhauen, abhauen. Unser Carrier ist down, unser Carrier ist down. Oh oh. Zeit für deine letzte Zeit. Wir werden wieder aufstehen. Du hast geblieben. Du 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 du. Ich hoffe man hört es nicht so doll, dass ich nebenbei am Trinken bin Na. Das ist ja gut. Somit verleit man seine Auslage ausdruck. Dein Fenix hat befestigt. Das wird das tun. Alter ich glaub's nicht. was glaubst du nicht für einfach mal so eine phoenix ja hätten wir ja auch hätten wir nicht die ulti richtig hart gefressen die kaffee weg mal hier der ist schon level 19 mit level 13 alter ich glaube 12 sonst läuft bei ihm noch alles sonst geht es ja immer gut ne ist schon level 20 ja leg mir doch mal schon wieder einfach mal gefiedet ist so richtig gefiedet ist der typ ich habe 2100 leben das gibt es nicht ne ich habe 2100 leben und fühle mich wie so ein scheiß Sessel mit 300 leben ja jetzt macht er mich auch noch pass auf der ist genau hinter dir der ist genau hinter dem ich hätte jetzt gesagt nevig gibt ich mal die welt sicherheit von beim phoenix na aber ich hätte Alter, wie's denn schon wieder tot bin? Warum stehst du hier rum? Bitte tu was. Zumindest ist unser Phoenix gleich wieder da. Oh, dann mach ich mir mal baff. So. Ich glaube, ohne den hätten wir uns auch schon lange verloren. Oh ja. Mir fährt gerade auf. Wir spielen schon fast eine halbe Stunde. Ich glaube, ich werde dafür ca. 3-4 Stunden brauchen, um es aufzuladen. Äh, Punkt, wo fangen wir? Groß des Renders halt, ne? Naja, 1080p. Und das ist wieder der Moment, wo ich mich dafür bedanke, dass ich nicht in 60 FPS aufnehme. Du bist wieder da. Oh, klar. Ein Alli ist tot. Alles klar. Wie ist das so sehr gut? Pass auf, du bist gleich tot. Ey, warte mal. Ich bin ja gleich tot. Oh oh. Die wollen mich, die wollen mich richtig hart. Die wollen mich richtig hart. Die wollen mich richtig hart. Sie wollen mich richtig hart. Nein. wir sind alle tot oder was? ja ich glaube das haben wir jetzt verloren das lustige ist das haben wir nicht mehr verloren weil wir schlecht sind okay das ist eigentlich auch ich mag es aber nicht wenn man auf einmal anfängt sein team zu beleidigen naja wie der typ der uns jetzt gerade richtig gecarried hat naja egal danke fürs zuschauen leute bis zum nächsten mal ciao ciao